Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal eine Runde Rush hier auf Mondopia. Und ja, ich glaube die meisten kennen Rush, man muss halt die Gegner besiegen und es gibt zwei Lager hier. Hier droppen halt Sachen, muss ich halt glaube ich nicht erklären. Und das hier ist halt diesen Block vom gegnerischen Team 10 mal abzubauen. Dann können sie nicht mehr respawnen, dann kann man sie in Ruhe killen. Ja, das werden wir jetzt auch erstmal versuchen. Man kann nicht handeln, weil hier irgendwie aus irgendeinem Grund zwei Villager drin sind. Keine Ahnung warum, müssen wir erstmal einkillen. Egal, wir haben eine Spitzhacke. So, jetzt können wir uns auch Blöcke holen dann. So, dann bauen wir uns rüber. Okay, da gibt's Eisen glaube ich, deswegen gehen wir zum Katapult. Die Map heißt aus Nürnberg und hier auf Mondopia. Geht ihr auch einfach hin. Die IP ist glaube ich. Mondopia.de glaube ich einfach. Ne, mc.mondopia.de. So rum war's. Ja. Dann könnt ihr einfach mal hier auch vorbeischauen. Echt guter Server. Ja. Okay, mit meinem Team sind außerdem einer mehr. Aber die Leute können ja auch immer noch nachscheuen. Hier auf Mondopia ist das so. Ja. So holen wir uns erstmal noch ein gutes Schwert. Wo gibt's Rüstung? Hier holen wir uns noch diese Brustplatte. Da habe ich schon eine gehabt. Protection 3 Brustplatte hatte ich am Anfang an. Keine Ahnung warum. Hier gebe ich dem einfach mal den Remax Ball. Außerdem starte ich, weil ich VIP bin mit einer Lederrüstung. Die ist aber nicht so gut wie die Rüstung, die man hier sich kaufen kann. Deswegen kau ich mir jetzt lieber mal eine. Okay, jemand ist gestorben aus meinem Team. Ich weiß nicht, ob unsere Feinde schon sehr fleißig sind und schon vorne sind. Mal gucken. Okay, außerdem gibt's in der Mitte Gold. Deswegen müssen wir auch schnell zur Mitte kommen. So, wir rushen mal durch. Wenn jemand Blöcke hat, muss er, sollte er sich schnell da vorne begeben. Okay, holen wir uns gleich mal ein bisschen Essen jetzt. Wo gibt's Nahrung? Hier bei dem gibt's Nahrung. Dann holen wir uns auch gleich ein paar Blöcke. Nachdem wir Nahrung gekauft haben, ja. So. Blöcke, Blöcke, Blöcke gibt es. Hier gibt's Blöcke. So, dann gehen wir mal vor. Holen wir uns die Gegner. Zwölf Blöcke sind zwar nicht so viel. Die Blöcke sind hier ziemlich teuer. Nicht so wie auf Gomme oder so. Okay, unsere Gegner. Weiß nicht, ob die in der Mitte sind. Hoffentlich nicht. Dann kriegen wir das ganze Gold erstmal. Kehrt keine Blöcke mehr. Ich hoffe, jetzt kommen auch gleich Leute mit Nachschub an Blöcken. So. Ich hab auch nicht genug Blöcke. Aber wir sind... Ah ne, ich glaub die sind in der Mitte schon. Schnell, wir müssen uns beeilen. Die sind einer weniger und schon vor uns in der Mitte. Vielleicht haben sie dadurch nicht so gute Rüstung, aber wenn sie Gold bekommen, können sie sich natürlich Burgen craften. Und dann haben wir ein Problem. Okay. Holen wir jetzt auch noch ein paar Rohstoffe. Okay, damit können wir uns ein paar Blöcke holen. Blöcke, Blöcke, Blöcke. Wo gibt's Blöcke hier? Ich vergesse es immer. Jetzt dürften wir in die Mitte kommen. So. Okay. Schnell, schnell, schnell. Zwei Eisen. Die brauchen wir jetzt aber nicht, die lassen wir mal hier, damit die anderen Leute sich auch noch Sachen craften können aus unserem Team. Da sind wir. Oh, da gibt's Feinde. Okay, wir gehen rauf. Ist das außerdem erst meine erste Runde heute. Muss ich jetzt erstmal wahrscheinlich einspielen. Okay, der Typ habe ich einmal getroffen. Vielleicht sollten wir die verfolgen und durchwaschen. Außerdem sind hier zwei Schwerter für meine Leute. Oh, ist hier viel Gold. Wir waren anscheinend noch nicht lange rum. Der hat sich erstmal das Schwert genommen. Gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich durchwaschen soll oder mir erstmal Blöcke holen soll. Äh, Bogen. Aber, ja, das schaffen wir noch nicht durchzulaschen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück und hole mir einen Bogen. So. Außerdem sind hier grad immer noch einer mehr sogar. Aber trotzdem können wir die Mitte noch nicht wirklich halten. Okay, hier habe ich viele... Na, ein Eisen fehlt mir noch eigentlich. Dann könnte ich mir einen besseren Brustpanzer machen. Der kostet nämlich sieben. Okay, hier Leute. Kriegt ihr noch ein bisschen Eisen. Nehmt euch. So, eine Waffe. Hier holen wir uns noch einen Bogen. Ja, den zweiten Bogen. Wo gibt's Pfeile? Da hinten. Ein Pfeil. Gut, dann gebe ich ihm noch ein Gold. Und jetzt würde ich sagen, kann ich auch schon mal vordringen. Gut, Leute. Kommt mit. Okay, er rennt zurück. Das heißt wahrscheinlich, dass viele Feinde da vorne sind. Da beginnt bestimmt gleich ein großer Kampf da. Oh, da ist schon jemand. Ich glaube aber, unsere Gegner haben noch keinen Bogen. Okay, ich treffe grad richtig gut. Ich muss erstmal einspielen. Ah, ein Schwert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Boah. Alter, er hätte das beste Schwert einfach mal gehabt. Oh, da kommt ein Feind. Naja, tut mir leid, wenn ich den... Ah, gut. Hat er Sachen? Ich weiß nicht. Ne, er hat eh nix. Der Ei wäre es nicht so wichtig, dass wir den aufhalten. Ich hoffe, der hat auch kein Gold geklaut. Ah, wir haben ihn erschossen. Da ist jemand. Okay, hier nimm mal schon mal das Zeug. Ich geh am besten jetzt schon mal vor. Spitzhack habe ich auch. Zwar nur eine normale. Und das Ziel ist halt, den gegnerischen Nexus zehnmal abzubauen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ist ja oft bei Rush so, dass man vom gegnerischen Tivers abbauen soll. Ich finde die Idee auch ziemlich cool, dass man zehnmal diesen Nexus abbauen muss. Denn das ist gar nicht so leicht, weil diesen Block abzubauen dauert schon ein bisschen. Zehnmal. Okay, gut. Ah, das Einer mit guten Sachen da vorne. Ich habe leider auch gar nicht genug Blöcke, um mich da irgendwo weit hin zu bauen. Okay, ein paar Leute sind gestorben. So, dann bauen wir uns erst mal ein bisschen höher. Die haben auch keinen Bogen, soweit ich weiß. Dadurch können sie sich nicht wirklich wehren. Ah, das Dumme ist nur, wenn ich jetzt durchgehe, vielleicht kommen sie da von hinten. Ah, ich habe ihn erschossen. Wer hat das Gold genommen? Ich habe kein Gold. Okay, ich muss mal warten, bis meine Leute kommen. Da können wir durchpassen. Rushen, rushen, rushen. Los, Leute. Ah gut, der Einer ist schon da. Da kann ich auch runtergehen jetzt. Ich muss auffassen, dass man mich hier nicht runterschubst. Okay, da sind sie. Die bauen sich da irgendwas. Wird ihnen aber nicht viel nützen. Ihr Nexus ist, glaube ich, auch nicht eingebaut. Oh, die Flying Cat da vorne. Okay, vielleicht sollten wir... Oh, der eine wird gefährlich werden. Der hier wird, der hat vielleicht eine Sache. Hö, wie saut. Ach so, hier sind Feinde. Ich dachte, das wäre jemand aus unserem Team. So, jetzt müssen wir halt den Nexus 10 mal abbauen. Ach man, das klappt nicht, wenn so wenig Leute von unserem Team hier sind. Ich müsste hinter mir die Blöcke wieder hin machen. Oh nein, hier ist ein guter Spieler mit Schwert. Das ist mein Untergang. Okay. Warum kommt mein Team denn nicht? Alter. Ich hasse sowas, wenn mein Team nicht mitkommt, ey. Alter, zu spät, Junge. Ich schreib mal. Kommt nach vorne. Und was macht ihr? Ihr kämmt da hinten rum, ey. Ist hier nicht in Ordnung. Na gut, vielleicht schaffen sie's ja noch vorne. Da ein bisschen was kaputt zu machen. Wo gibt's Rüstung? Hier hinten? Na, der wird jetzt ziemlich weit unten. Also irgendein Grund. Okay, holen wir jetzt mal das. Ja. Okay, kein gutes Schwert. Wir haben gar nichts Gutes eigentlich. Deshalb müssen wir uns erstmal wieder voll lange ausrüsten. Das nervt ein bisschen. Und das nur, weil irgendwie niemand mitgekommen ist, außer der eine Typ. Der eine war ganz nett, der ist mitgekommen. Sehr gut, danke dafür. Aber der Rest nicht. Gut, unsere Leute killen da vorne immer noch. Außerdem sind unsere Teams jetzt ausgeglichen. Okay. Okay, wir killen da vorne immer noch gut. Weiter so. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen nach vorne gehen. Vielleicht ein bisschen Gold holen und dann nochmal zurückgehen. Oder soll ich mir jetzt einfach nach vorne rauf? Ist die Frage jetzt. Erst mal einen Bogen holen? Reicht eh nicht. Na doch. Vier. Würde genau reichen. Hier liegt überall Eisen. Wurde jemand gekillt? Ist das mein Freund? Re-Max Boy ist mein Freund. Ja. Gut. Sehr gut. Okay, dann hole ich mir nochmal das ganze Zeug. Essen brauche ich ja auch. Und dann greifen wir nochmal an. Das war eben schon ein guter Versuch. Wir hätten es auch geschafft. Hätte sich nicht einer von denen, was ziemlich schlau war, neben dem Nexus versteckt mit guten Sachen. Der Rest hätte ja eigentlich kein Schwert mehr gehabt. Das war halt ein Problem. Sie kamen auch nicht zum Eisen, weil wir das zugebaut hatten. Oh, viele Eisen haben wir jetzt gerade bei. Das ist gut. Wer ist das? Freund, ja. Okay, Waffe. Nee, wo gibt's Waffen? Hier gibt's Waffen. Gut. Haben wir einen Bogen. Oh, mit seinem Pfeil. Jetzt holen wir jetzt erstmal das beste Schwert auch wieder. Blau kommt, schreibt der eine. Das heißt ja wohl, dass mein Team nicht so gut aufgepasst hat. Okay, da muss ich mir auch Essen holen. Essen, Essen, Essen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, wenn wirklich Blau kommt. Und meine Leute nicht die Stellung halten konnten. Dann wird's jetzt hier gleich einen Angriff geben. Obwohl, nee, meine Leute killen nach vorne. So, boah, der killt viele. Sehr gut. Guter Junge. Ich komm sofort jetzt. Ich hoffe, er kann auch durchhalten. Alter, er killt gut. Hat er Hexe oder was? Richtig gut grad. Okay, er ist wahrscheinlich unten. Kämpft jetzt grad um sein Leben und wird wahrscheinlich gleich sterben. Deswegen beeil ich mich. Ich komme. Ich glaube, er ist auch der einzigste vorne. Deswegen muss ich mich wirklich beeilen. Weil wenn er stirbt, kommen die Leute durch. Ah, er redt weg. Hat er kein Essen? Doch, er hat Essen. Gut. Gut, gut. Haben die einen Bogen? Naja, ich dachte schon. Das wäre auch ein Problem jetzt. Aber das ist ein guter Vorteil. Weil sie können nicht, wenn wir irgendwo von oben kommen, nicht viel machen. Weil wir halt die Bögen haben und die nicht. Sie haben kein Gold. Sie kommen ja nicht ans Gold dran. Es sei denn, die bauen sich jetzt irgendwie einen komischen Weg dahin. Okay, das Dumme ist, sie können sich jetzt stärkere Waffen machen, weil sie beim Eisen sind. Okay, die haben ja den Weg zerstört. Gut, da sind wir oben. Da ist auch ein Feind. Ah, der wollte zu mir rauf springen. Was baut der sich da hinten? Wo ist denn der Typ jetzt von hier unten? Ah, er hat eine Spitzhacke. Ne, durch. Er baut sich mit seiner Hand da durch. Zum Eisen. Ich hoffe jetzt, sie kommen alle. Diesmal müssen wir es besser planen. Das war wirklich... Oh man, ich schreib grad nur Scheiße. Dass da wirklich jeder mitkommt. Remax-Boys da. Ich glaub, der hat auch ganz gutes Equip jetzt. So, jetzt sind wir hier oben. Ich hoffe mal, dass einer sich auch dafür bereit erklärt, dass er den Nexus abbaut. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier ist, wo ich drauf bin. Ob die das irgendwie gut gebaut haben. Oh, da unten hat jemand ein Schwert. Den da kill ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob er ein Schwert hat. Gut, er ist weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, weil da sind überall Leute, die haben... Manche von denen sind vielleicht auch bewaffnet. Weiß ich nicht. Okay, ich weiß nicht, ob ich runtergehen sollte. Hä, sind das meinen? Hä, die bauen irgendwie alles ab, da weiß ich. Ich versteh auch nicht, warum. Nein, nicht mich runterschubsen. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Ich muss essen. Weg mit euch. Die mit den Spitzhacken sind das größte Problem. Okay, ich weiß nicht, ob hier jetzt jemand wieder hinter drin ist. Oh ja, da ist jemand. Der will bauen den Nexus einfach ab. Ah, das ist ein roter, sogar ist der nicht aus meinem Team. Der versteckt sich da die ganze Zeit. Ah, da kommen Feinde durch. Der versteckt sich da die ganze Zeit. Und gut, der baut den Nexus ab. Weiter so. Ach, der wollte sich wahrscheinlich nicht zeigen, dass er da hinten drin ist. Oder die Leute... Ach, der ist reingeflüchtet und die anderen haben es nicht gesehen. Sehr gut. GG auf jeden Fall. Noch dreimal müssen wir den abbauen. Das ist eine coole Runde bis jetzt. Es sind auch gleich viele gewesen beim Team. Jetzt sind wir zwar einer mehr, aber egal. So, jetzt können wir raus. Wir haben den Nexus zerstört. Okay, es fehlen noch zwei Leute, die jetzt eh nicht mehr respawnen, wenn wir sie killen. Killen, killen. Wo sind die? Ah, der eine versteckt sich hier im Brunnen. Habe ich ihn? Noch einer. Ist hier irgendwo was gebaut, der eine? Kann sein, dass der eine hier oben ist. Ah ja. Wahrscheinlich jetzt richtig der Starke. Nee. Hier scheint niemand zu sein. Der baut vielleicht unseren Nexus gleich ab. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Wo ist er? Wo ist der Junge? Ich baue mich mal ein bisschen höher, damit vielleicht keinen von da oben sind. Ich kann aber auch sein, dass da was gesehen, dass da was gebaut wurde. Vielleicht ist er jetzt hier irgendwo. Ah ja, hier ist er. Ah, willst du mich runterschubsen? Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe es hat euch allen gefallen. Und lasst auf jeden Fall Bewertungen da. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao Leute.